8 Tipps zu Gold von Robert Kiyosaki Gold ist nicht nur echtes Geld, es ist spirituelles Geld. Ich erinnere mich noch daran, als ich mitten auf Fiji war und mit diesem Guru da draußen gesprochen habe. Dieser Typ war voll behangen mit Gold. Ich fragte, warum trägst du so viel Gold mit dir herum? Und er hat mich angesehen, als wäre ich irgendein dahergelaufener Idiot. Er war ein sehr spiritueller Mann und er meinte, Gold sind die Tränen Gottes. Gold zieht Reichtum an. Er sagte, dass wenn du nur 1000 Dollar monatlich verdienen willst, als Einkommen haben willst, dann kaufst du dir Gold im Wert von 1000 Dollar und bewahrst es irgendwo in deiner Nähe in deinem Haus auf. Deshalb war er überall mit Gold behangen. Echtes Gold zieht Reichtum an. Und das hat es über tausende von Jahren gemacht. Und vielleicht wachen die Leute auf, wenn sie eines Tages herausfinden, was echtes Gold wirklich ist. Neues Geld ist in Derivate investiert, in Kryptowährungen und Aktien, Anleihen, Investmentfonds und so weiter. Altes Geld hingegen war schon immer in Gold, Land und Sachwerten investiert. Im Grunde genommen ist es deine Sichtweise auf Wohlstand und Reichtum. Mr. Rickert hat gesagt, und ich stimme ihm zu, das Gold wird vermutlich bei 10.000 Dollar, die uns gehandelt werden. Seine Zahlen stimmen. Aber für mich ist es eher, wie viel möchte ich pro Monat verdienen? Wenn ich 10.000 pro Monat verdienen will, dann besitze ich 10.000 Dollar in Gold. Wenn ich 1.000.000 pro Monat haben will, dann besitze ich 1.000.000 in Gold. Gold zieht Wohlstand an. Wenn die Menschen das nur verstehen könnten. Jedes Mal, wenn meine Frau und ich mehr Geld haben wollten, haben wir einfach mehr Gold gekauft. Und unser Einkommen ist gestiegen. Ich verkaufe mein Gold nicht. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich verkaufe mein Gold nicht. Ich sammle es seit 1972. 1972, als es für Amerikaner nicht erlaubt war, Gold zu besitzen. Kim und ich sparen kein Geld. Wir sparen Gold und Silber. Und wir sparen das seit Jahren. Und ich meine damit keine ETFs, also Papiere. Ich vertraue auf nichts, was Papier ist. Es ist richtig. Wir kaufen echtes Gold. Münzen, Waren und Silber. Echtes Silber. Das ist, was China macht. Sie halten den Preis von Gold und Silber niedrig, dass sie es kaufen können. Und sie lagern es. Sie handeln es nicht. Es wird nicht zurück in den Markt kommen. Sie werden es für immer einlagern. Und das ist der Grund, warum die Menge von Gold und Silber, die gehandelte Menge von echtem Gold und Silber, weniger wird. Denn die Leute verstecken es. Wenn ich mit Menschen spreche und sie frage, was glaubst du, wird hier in 2040 sein? Wird es weiterhin Gold geben? Gold ist seit Ewigkeiten hier. Wird der Dollar dann noch hier sein? Ich glaube nicht. Und wird Blockchain noch da sein? Ich glaube schon. Und das ist, wie ich die Welt des Geldes und der Währungen betrachte. Was wird es in 20 Jahren noch geben? Wir hatten im Januar 2019 eine Ankündigung, die von Bloomberg veröffentlicht wurde und die besagt, dass die Nachfrage nach Gold und Silber so hoch ist, dass die Zentralbanken seit 1971 mehr Gold gekauft haben. Sie haben angefangen, mehr Gold als jemals zuvor zu kaufen. 1971 ist ein sehr wichtiges Jahr. Denn das ist das Jahr, als Präsident Nixon den Dollar vom Goldstandard entkoppelt hat. Für die, die sich mit Finanzgeschichte nicht auskennen, denn das bringen sie dir an der Schule nicht bei, 1944, vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hat die Welt auf der Bretton Woods Konferenz entschieden, dass der US-Dollar genauso wertvoll wie Gold ist. Und was 1944 passierte, war, dass der US-Dollar zum neuen Gold wurde. Und die Zentralbanken, die FED, die europäischen Zentralbanken, die japanische Zentralbank und alle anderen, anstatt Gold zu besitzen, haben sie US-Dollar eingelagert. Als 1971 durch Präsident Nixon der Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde, haben die Vereinigten Staaten angefangen, Geld zu drucken. So einfach ist das. Das US-Finanzministerium gibt der FED Geld und sie drucken diese magischen Dollar. Das ist, was 1971 passiert ist und die Weltwirtschaft hat geboomt. Dieses Fake-Geld wurde auf der ganzen Welt verbreitet und das ist, wenn du Rich Dad, Poor Dad gelesen hast, Lektion Nummer 1. Die Reichen arbeiten nicht für Geld, denn Geld ist Fake-Fake-Fake. Die Frage ist, was wird jetzt passieren? Was bedeutet es, wenn Russland und China das ganze Gold kaufen und den US-Dollar rausschmeißen? Ich glaube, es bedeutet für sie, dass wir zu viel an Falschgeld gedruckt haben. Sie vertrauen dem nicht mehr. Sie denken, es wird zusammenbrechen. Wir haben seit 2008 12 Billionen Dollar gedruckt. Es ist schwer, sich 12 Billionen Dollar vorzustellen. Es ist eine Menge Geld, das gedruckt wurde. Und wenn du die Geldmenge vergrößerst, da verdoppelst du die Schuldenmenge und dadurch steigt der Goldpreis. Der Dollar, das Falschgeld. Aufgrund dessen, dass der Dollar seit 1971 konstant gedruckt worden ist, hat der Dollar 96 Prozent seiner Kaufkraft verloren. Die Dinge werden immer teurer und ab einem bestimmten Punkt wird es unerreichbar und das Papiergeld wird wertlos. Der Preis wird manipuliert. Der Preis von Gold und Silber ist manipuliert. Er sollte höher sein, aber er wird unten gehalten. Wie wird das gemacht? Normalerweise wird das durch den Papiermarkt gemacht, durch Optionen und Termingeschäfte, wo du einen Geldbetrag nimmst und dadurch nicht das physische Gold, sondern das Papiergold kontrollierst. Und basierend darauf wird der Preis vorhergesagt. Der Goldpreis hängt also davon ab, wie die Optionen und Termingeschäfte laufen. Aber wenn es so sehr aus dem Gleichgewicht kommt wie jetzt, dann dreht sich der Markt für physische Edelmetalle. Das Gleiche haben wir kurz vor der Krise 2008 gesehen. Wir haben eine Menge Papier gesehen. Gold und Silber wurden gekauft und dadurch ging der Preis runter. Und 2000 wurde der Preis auf 250 Dollar die Unze gedrückt. Kurze Zeit später ist der Preis wieder um 70 Prozent gestiegen. Die Manipulation kann nur für eine gewisse Zeit funktionieren. Denn es ist kein echtes Geld und die wahren Vermögenswerte steigen danach wieder auf ihren wahren Wert. Die Frage ist, warum wollten sie den Preis unten halten? Morgan Stanley hat in dieser Zeit über 300 Millionen Unzen an Silber gekauft. Die Strategie ist, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Wenn ich den Silberpreis unten halte, und es sieht so aus, als hätten sie damals genau das getan, haben sie über 300 Millionen Unzen Silber zu einem Schnäppchenpreis gekauft. Als der Markt sich dann wieder korrigierte, haben sie verkauft. Ist Gold knapp? Oder wird immer mehr und mehr Gold abgebaut? Immer mehr und mehr Silber abgebaut oder nicht? Es gibt einen Rückgang der Goldmenge, die abgebaut und entdeckt wird. Beim Silber ist das Problem noch schlimmer. Das Angebot ist sehr knapp und die Nachfrage der Industrie ist durch die Decke gegangen. Das hat Mitte 2003, 2004 mit all den elektronischen Geräten angefangen, mit all den technologischen Geräten, wofür Silber gebraucht wird. Das hat alles im Jahr 2003, 2004 mit all den Bildschirmen, Telefonen und Großbildfernsehern und all diesen Dingen angefangen. Dafür haben sie eine Menge Silber gebraucht. Jetzt ist das große Ding die Solarindustrie. Die Solarpanels sind viel größer als dein iPhone und sie brauchen eine Menge Silber, denn es gibt kein Solar ohne Silber. Ich glaube auch, dass in nächster Zeit erneuerbare Energien nicht verschwinden werden und daher denke ich, dass die Nachfrage nach Silber weiterhin steigen wird. So viele Menschen sind in dieser Vorrichtung gefangen. Sie alle sitzen in diesem Markt, in dieser Blase, die Aktienmarkt und Job genannt wird. Die größten Gewinne wurden durch Immobilien, Gold und Silber und durch Öl gemacht. All das sind echte Vermögenswerte. Ein Börsenmakler wird dir das nie erzählen, denn der verdient kein Geld damit, dir das zu erzählen. Sie verkaufen dir ja nur Papier. ETFs, Standard Oil und Gold und Silber ETFs. Sei vorsichtig und die meisten Finanzberater haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung davon, was sie dir verkaufen sollen. Doch sie müssen dir etwas verkaufen, denn ansonsten haben sie nichts zu essen. Hören Sie nicht auf den Rat der Finanzberater und Bankexperten. Machen Sie das, was die Ihnen sagen, nicht. Aber die Menschen suchen so verzweifelt nach Geld und Papierwerten, daher kaufen sie kein Gold, Silber oder sogar Edelsteine. Denn sie wollen schnell Geld ausgeben. Die gute Sache bei Gold und Silber ist, dass du ein paar Schritte davon entfernt bist, es schnell auszugeben. Du kannst nicht in ein Geschäft gehen und einen Gold-Krügerrand oder Goldbarren auf den Tisch legen, denn der Mitarbeiter hat keine Ahnung, was er damit tun soll, was eine Goldmünze überhaupt ist. Die Menschen überall auf der Welt sind so ignorant in Bezug auf Gold und Silber. Wir können tausende Goldmünzen besitzen und sie würden sie nicht annehmen. Ich brauchte einmal 23.000 Dollar in 48 Stunden für einen Immobiliendeal. Wir haben keine 23.000 Dollar bar. Aber ich habe die Schranktür geöffnet und da waren Silberbarren in unserem Schrank im Schlafzimmer gestapelt und ich habe sie buchstäblich in braune Einkaufstaschen gepackt und bin damit zum Edelmetallhändler am Ende der Straße gegangen, habe mir das Geld auszahlen lassen und das war, wie wir unser Haus gekauft haben. Wenn ich mit einem Gold- oder Silberhändler spreche, dann stelle ich Ihnen ein paar Fragen, wie lange Sie schon im Geschäft sind und so weiter. Wie viel Gold und Silber Sie haben, ob Sie numismatisch kaufen, numismatisch bedeutet Sammlerstücke, das ist beispielsweise eine seltene Münze. Wenn Sie dir eine seltene Gold- oder Silbermünze verkaufen wollen, dann lauf, denn du kennst den Wert der Münze nicht und bei all den Dingen gibt es immer Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du irgendwas machst. Es ist egal, ob das Immobilien, Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder ETFs sind, die meisten Menschen sind falsche Lehrer. Der Grund, warum sie Investmentbroker, also Börsenmakler, beziehungsweise Real Estate Broker, also Immobilienmakler genannt werden, ist, weil sie Broke, also Pleite sind. Sie sind ärmer als du. Du musst verstehen, dass diese Leute, wenn sie dir nichts verkaufen, nichts zu essen haben. Und sie werden alles machen, um zu essen. Ihren Kindern etwas zu essen zu geben und für ihre Bildung zu bezahlen. Denk einfach daran, wenn du das nächste Mal mit einem Bankberater oder Finanzexperten redest. eine Schmutzung. Untertitelung des ZDF, 2020